was geht ab meine lieben freunde ihr seht rap tastisch heute geht es um casey rebel und farid bang beef verkaufszahlen rap karriere hin oder her in wahrheit geht es um ganz andere dinge im leben viel wichtiger als jede chartplatzierung der welt ist dass die familie wohl auf ist und man auch außerhalb von musikalischem erfolg sein persönliches glück feiern darf nachdem casey rebel bereits vor einigen wochen bekannt gab schon bald vater zu werden ist gestern sein erstes kind zur welt gekommen der 30 jährige der sonst ein großes geheimnis aus seiner familiären situation macht und sein privatleben nicht in die öffentlichkeit trägt postete gestern sein foto von sich und seinem nachwuchs auf instagram der kleine ist ein junge der name wurde bisher noch nicht bekannt gegeben inzwischen reagierten auch zahlreiche rapper und andere prominente auf die geburt seines sohnes unter dem foto kommentierten sämtliche banger rapper im ehemaligen label kollegen und wünschen ihm und seiner familie alles gute auch fußballstar julian draxler und die youtuberin dagi b gratulierten casey rebel besonders schön ist auch das farid bang ihm zur geburt seines ersten kindes gratulierte worauf sich casey bereits bedankte wir gratulieren ebenfalls und wünschen ihm und seiner familie alles erdenklich gute schreibt uns eure meinung dazu in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lass deinen daumen hoch und ein abo da in diesem sinne bis zum nächsten mal bei rap tastisch